Wir machen jetzt hier ein Nachdenker. Die Junge ist von Kanten. Die Hauptstelle von einem Vordergrund die nochmals über die Hälfte und nicht Qualität. Das ist nur der Fugli. Er lässt sich doch von den Autofen feiern und darf mit Recht in einem Jahreswagen der erste Champion der den Hälschlussfahrzeug es geschafft hat. Aktuellen Sportgeräte zuschlagen und fahrende Schlager.